Jeder von euch hat Lust auf 1 Cent Döner, ihr habt richtig gehört, 1 Cent Döner, den gibt es nämlich hier, schaut mal wo ich bin, mitten im Zentrum in Würzburg beim Berliner Döner. An den ersten drei Tagen gibt es diesen Döner für 1 Cent. Ich will mich nochmal im Namen von Original Berliner Döner entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, es war von uns nicht gewollt, es wurden uns sehr sehr viele Steine in den Weg gelegt, sei es die B****, sei es die Bauarbeiter, sei es die Lüftungsbauer und ja, wir haben es aber endlich geschafft und wir machen jetzt auf jeden Fall auf, kommt vorbei. Und hier gibt es richtig leckeren Döner, dieser Döner, den gibt es übrigens auch schon in Nürnberg und in Erlangen und in Nürnberg wurde ja zum besten Döner gekürt und das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen, ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie lecker dieser Döner ist. Es gibt einmal einen Chickenspieß und einen Kalbspieß und die Spieße kommen direkt aus Berlin und sind auch wirklich sehr 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 lecker, authentisch wie in Berlin. Ich hoffe, ihr habt euren Cent schon bereit, wir sehen uns in der Eröffnung, ein Cent Döner für die ersten drei Tage hier in Berlin.